Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video nämlich ein Infovideo ich zeige euch die anstehenden Projekte und ich will noch kurz was sagen wann Videos in den Ferien rauskommen weil ich hab da jetzt nicht so viel Zeit in also die nächste Zeit ich zeichne die zwar auf die Videos in nächster Zeit aber sie kommen halt nicht hoch weil ich da keine schnelle Internetverbindung hab wo ich hinfahre und naja also jetzt zeige ich euch meine Bauprojekte in Feuerwehr City nämlich ein Hotel was ich alles wieder abreißen muss aus dem Grund weil ich wegen des Platzgebots weil ich das zu klein gemacht habe Prozent 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 und naja ich spreng das heute noch weg Prozent Prozent also also das Hotel steht an ein kleines Hotel Prozent und naja dieser Boden Geld liegt um die Scheiße aus da würde ich dann schon lieber jetzt gebe ich mal ein diesen hier nehmen okay Prozent 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 so dann wäre ich schon lieber wo ist denn denn da muss ich verlassen okay so dann würde ich schon lieber bei diesen Doppelstein bleibt nehmen also der sieht schön aus und den werde ich nehmen aber ich hatte halt noch nicht ähm die Möglichkeit dazu halt das zu installieren und USW und ich habe jetzt auch ein neues Aufzeichnungsprogramm nämlich FRAPS kennen bestimmt viele und ja das war's zu dem Infovideo und ich würde sagen tschüss